Oh, ne alte Häuserruine. Inklusive Knochenköpfe. Normal Präzter. Unser Jahrzehnte. Ich glaube leider nicht, dass Viconias untote Bunn mittlerweile so stark ist, dass die Skelette damit töten kann. Und ich würde es trotzdem, wenn die Skelette nicht weglaufen würden. Wohooo. Das hier sind schon etwas größere Ruinen, als ob das mal eine Kirche oder so war. Oh, Räuberlager. Okay, Dorn will mal leben. Haben wir noch irgendwelche Zauberungen? So, haben wir noch eine Heilungsgesunde? Ja, eine Heilung haben wir noch. Nochmal magische Geschosse. Kriegshammer, plus eins. Mittlerer Schild, plus eins, trägst du allerdings schon einen. Der bringt Dornen leider nichts, du kannst keinen tragen, das ist schade. Der Bunkhanisch würde Dorn aber einiges bringen. Den kann er auch gut tragen, mit seiner Stärke. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? So. Was haben wir hier für Tränke? Feuerodem und Lebenskraft. So. Level up für Safana. So, das braucht sie mal. Schlösser öffnen, kriegen wir einigermaßen hin. Fallen finden, könnte sie auch langsam gebrauchen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Geld. Naja, Tazox zählt, genau. Jetzt gehen wir erst einmal ums Räuberlager rum, um zu sehen, ob sich nicht noch in den Wäldern welche rumtreiben. Ja, hier hätten es sogar auch noch. Ardenor Quasch, okay. Der will uns quaschen. Wir sind Hobgoblins der kalten Hand, okay. Gut. Geld, Skype, Skype, Pfeile, Ringe. Wie ihr wünscht. Also ja, das Räuberlager ist groß. Oh, ein Heldentrank. Nichts hier. Kein Brandöl. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass man ihn... Ach, hei. Ich höre zu. Fürs Erste. Jal Kales? Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Schauen wir mal, was wir hier Wertvolles finden. Okay, verschlossen. Geld und... Geld und Schmuck. Wie kann ich helfen? Hm. Woher... Woher sollt ihr? So, dann wieder raus... Hier? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Lasst sie uns ordentlich verdrächen, Geld raus. Lasst sie uns ordentlich verdrächen! Fühl mir mit Vergnügen. Lass sie uns ordentlich verdrächen! ja noch mehr räuber aus kalbe wir haben langsam wie zu viele ich werde mich im hand umdrehen das zelt können wir nicht betreten dafür können wir das zelt betreten er hat nicht lange durchgehalten worum geht es wie ihr wünscht und vergiftetes schnelligkeitsöl oder ein abgelaufenes wie man es nimmt dann machen wir mal hier auf ein kurzschwert und langschwert nichts besonderes ihr braucht nur zu fragen es dämmert auch langsam räuber trank der lebenskraft wieder eine verschlossene trug worum geht es die ihr braucht nur zu fragen ach hier gibt es sogar eine höhle noch ein räuber lasst sie uns ordentlich verschen auch viele räuber das wird kein schneller tot als wegen des lieben gelbes das wird kein schneller tot ihr braucht nur zu fragen wie kann ich helfen wie kann ich helfen wie ihr wischt geld und räuber skype einsammeln wo ihr braucht nur zu fragen wo ihr braucht nur zu fragen so jetzt bin ich total rausgekommen was wir alles schon geblendert haben und was nicht ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern hier sind es beide wahrscheinlich verschlossen oh noch ein räuber skype so sack ist nicht verschlossen ich fühle mich so wenn das euer wunsch ist ja cool wenn ich Schlösser knacken an habe und dann die Tapptaste drücke fürs hervorheben dann zeigt es mir sogar an was geknackt werden kann so Heitränke für Dorn wie ihr wünscht also ja hier war irgendwo ein Zelt wo wir rein können ne hier können wir nicht rein hier ist kein Zelt aber hier ist ein Zelt wo wir rein können und da sind noch zwei Zelte wo wir rein können gehen wir erstmal in die Höhle rein dann arbeiten wir die Zelte ab ah Gnolle ihr gekommen um über Gralax lustig machen klang von Gralax schon lang genug in Höhle uns jetzt rauslassen sonst sterben warum seid ihr überhaupt hier drin wir hier wegen Unheil das für ein Lager angerichtet großer Streit vor zwei Nächten ihr solltet wissen das es seid ihr die schwarze Krallen gehören ihr nicht riecht ihr sterben ihr braucht nur zu tragen Jail Kales ist alles wegen des Lügen Geldes ich werde mich mit dem Hand und den Raum kümmern bir Besuch jägen au 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 kriegen wir den flint bitte tot ihr braucht nur zu fragen ja mein schatz neue unsichtbarkeitstrank wie kann ich ich werde mich im handumdrehen darum kümmern ja können wir gut dann würde ich sagen jetzt nach dem rasten speichern wir erstmal das wäre let's play 15 10 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder